Deine Stimmung ist im Keller und du kannst dir nicht genau erklären, warum du gerade so mies drauf bist? Vielleicht steckt dahinter einer dieser vier Gründe. Erstens, der Körper. Oft gibt uns unser Körper Warnsignale, wenn es uns nicht gut geht. Schlafmangel, Dehydrierung oder zu wenig Bewegung können Auslöser für die schlechte Stimmung sein. Zweitens, Unzufriedenheit. Der Begriff Unzufriedenheit ist natürlich breit gefasst, aber manchmal können uns schon die kleinsten Dinge traurig machen. Beispielsweise, wenn unsere Erwartungen enttäuscht wurden oder uns etwas oder jemand fehlt. Drittens, Bedrücktheit. Wenn man bedrückt ist, scheint einem alles egal zu sein. Mitgefühl oder negative Gedanken können dahinter stecken. Und viertens, Stress. Wenn wir überfordert sind oder wir uns zu viel vornehmen, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Wir sind reizbar, müde und schlecht gelaunt. Hier hilft es, sich etwas Zeit für sich zu nehmen und zur Ruhe zu kommen.